Wenn ich darüber sprechen würde, wenn ich das täte, was würde ich Ihnen erzählen? Das frage ich mich. Heute erhalten wir ein neues Objekt hier im T4. Das sensibelste Objekt, das wir bis dato in dieser Einrichtung hatten. Why do robins sing in December, long before the springtime is due? And even though it's snowing, violets are growing, I know why and so do you. Vielleicht würde ich Sie warnen, dass dies eine Geschichte von Liebe und Verlust ist. Und von dem Monster, das versucht hat, alles zu zerstören. Ein letztes Mal. Wo ist es? Eliza, Süße. Er ist auf dem Weg zu dir. Ich weiß, warum und so do you. Er ist auf dem Weg zu dir.